So, heute TTT. Erstmal packen wir mal das ganze Gerüttel. Dann gucken wir mal, was unsere Toilette, die 300 Euro gekostet hat, für was auch immer, so kann. Bringt. Oh ja. Erstmal ein wunderschöner Beutel. Ja, dann Verpackungsmaterialien und dann geht es auch schon los. Was für groß, was für klein, was für, hast du nicht gesehen, aber was mir gleich aufhält, ist es sehr ordentlich. Hier gibt es noch Nägel und andere Geschichten. Jetzt haben wir noch die unterschiedliche Toilettenbrille. Was haben wir noch? Das Bausatzpaket. Wenn ich mir jetzt das Holzmalse angucke, was ich ja eigentlich, dann ist das Multiplex und dann verstehe ich auch, ob manche Sachen halt ein bisschen teurer sind. Das ist zwar alles nur mit der Fräse gemacht, denke ich mal, so wie die Schnittkanten aussehen, aber das Multiplex und dadurch, denke ich, ist es sehr robust. Also denke ich mal, wenn ich jetzt das auf einen Quadratmeter hochrechne, bin ich bestimmt bei ungefähr 100 Euro nur das Holz. Da machen manchmal die 300 Euro dann schon wieder ein bisschen Sinn. Aber wir werden sehen. Wir werden das nochmal zusammen basteln hier und dann werden wir mal schauen, was am Ende dabei rauskommt. So, wir haben jetzt schon mal angefangen mit aufbauen. Hier sind ein paar Teile. Die Bedienungsanleitung ist einfach bloß QR-Code-Scan und dann sucht man sich nur das Modell raus, das wir gekauft haben. Wir haben das Easy-Loo und ja, und dann geht das schon los. Wie gesagt, die Teile. Da kommt am erstes die kompletten Teilebeschreibung und alles, was im Set der Umfang ist und das liegt erstmal beiseite. Und dann ist Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das ist ein bisschen umständlich, weil man erstmal gucken muss, wie die ganzen Teile zusammenpassen. Aber grundsätzlich sind erstmal viele Nägel, wie wir festgestellt haben, ein bisschen in der Stube zusammenbauen. Auf Teppich ist es jetzt nicht so optimal, aber funktioniert. Der Lein ist mit dabei. Man muss halt bloß schauen, wenn man eine Lein gezogen hat und man fügt die Teile zusammen, kann es schon mal sein, dass der Lein links und rechts rausläuft. Dann nehme ich bloß einen Taschenbruch, das reicht und das ist gut. Ja, und dann bauen wir jetzt weiter und dann gucken wir mal, was am Ende hier dabei rauskommt. So, wie gesagt, die Vertiefungen werden immer geleimt. Der Leim ist mit dabei. Der ist auch ausreichend. Also da ist Leim ohne Ende. Wir hämmern hier wie die Kaputten. Also wir arbeiten, ich denke mal, so seit 35 Minuten, sind fast dem Ende entgegen und wir machen schon ein bisschen Krach hier. Aber der Hund schläft trotzdem. Vorteil ist, also es gibt solche Einbauhilfen, die sind mit dabei. Ist eigentlich ganz praktisch, aber ich bin eher, ich tendiere eher dazu, dass man das gleich zu zweit macht. Ja, wie gesagt, Nägel sind ein Haufen dabei und man hat halt immer die Seite und dann immer den Gegenspieler. Die Seite und dann immer den Gegenspieler. Also das ist schon, das hat schon Hand und Fuß. Ist ein bisschen, manchmal ein bisschen undurchsichtig von der Bauanleitung her, aber grundsätzlich ist das einfach zu gestalten, das ganze Projekt hier. Ja, so viel erstmal dazu. So, jetzt gehen wir langsam dem Ende nahezu, wie auch immer. Jetzt schrauben wir quasi nur noch hinten das an. Das Einzige, was wir gerade festgestellt haben, ja, es ist naturbelassenes Holz. Ist vielleicht vom Vorteil, wenn man es noch lackiert oder so. Also, witterungsbeständig ist das jetzt auf Dauer, denke ich mal, nichts. Ja, es ist halt noch naturbelassen von innen und von außen. Sollte man sich schon überlegen, ob man es ölt oder lackiert, streicht, wie auch immer. Ja, das haben sie uns wahrscheinlich hier außen vorgelassen. Ich muss feststellen, das Ding kostet nur 300 Euro. Man merkt schon, es ist Qualität. Also es macht schon Sinn, das hier zu kaufen oder so. Aber 300 Euro sind trotzdem erstmal 300 Euro. Aber ich finde es, also die Qualität ist schon da. Also es wirkt sehr hochwertig. Und das Einzige, was wir jetzt nachsetzen mussten, wir mussten zwei Löcher bohren. Das war das Einzige, was jetzt noch zusätzlich zur Montage kam. Aber grundsätzlich ist eigentlich alles dabei, wie Werkzeug und Schrauben ist alles dabei. Die Anleitung ist relativ gut. Könnte ein bisschen ausführlicher sein, aber ist trotzdem gut. Ja, wir müssen jetzt noch die zwei Löcher bohren für den Kördeckel dann. Den haben wir noch hier. Und dann sind wir auch schon durch. Und dann werden wir mal sehen. Machen wir mal eine Sitzprobe und dann gucken wir mal. Ja, jetzt sitze ich hier. Ja, schöne Arme an der Sitzposition, muss ich sagen. Ja, die Montage war eigentlich sehr leicht. Und wie wir sehen, ist das nur das Deckresultat. Den Deckel kann man mit reinpacken. Den Deckel haben wir jetzt mit hinten reingetan. Den muss man jetzt nicht über hinten reingetan. Den muss man jetzt nicht über hinten reingetan. Es schließt auch bündig ab. Also das Loch ist größer, klar. Aber es geht halt rein. Die zwei Löcher müsste man bohren. Und der Rest ist eigentlich relativ einfach zu montieren. Wir haben jetzt dafür ein bisschen was über eine Stunde gebraucht. Ja, das ist es. Hier vorne gibt es noch eine Füllanzeige. Damit man auch sieht, wie viel Pipi drin ist. Ja, das ist es jetzt. Unser schönes Trockentrenntoilettenklo. Also ich muss das umstellen. Ich grinse ja mit. Ich bin da so doof. Gehen das bei dir? Oh, ich kann das aber nicht. Gehen das bei dir? Hä? Was ist denn jetzt dein Problem? Dass ich kein Video machen will. Na, bist du... Ach, ich bin nicht so Video in so... Was machst denn du hier?